einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und wir sehen uns zum hardware video jetzt wieder von der ladestation von venom zeige ich euch noch mal von vorne so ein bisschen im style von der playstation gehalten hier oben haben wir dann so wellenlinien hier sind lange dinge drauf wo die zum laden ich hatte schon mal eins mit so kleinen nippeln aber da war das denn nicht so ein großes teil was darauf kommt auf den controller sondern wirklich nur so ein ganz kleines da wo man ladet die waren dann eher suboptimal weil die beiden kontakte wenn du den ruf gelegt hast controller der wurde nicht gleich gefunden am anfang war gut aber umso öfter man das gemacht hat umso blöder ist die worden das hier dann wahrscheinlich denke ich mal hoffentlich was besser wir müssen den controller nehmen auf der rückseite nicht gerade rein ihr müsst schräg halten weil ihr seht der usb seht ihr das sehr schräg ist so ein stück ihr müsst wirklich so schräg ansetzen und dann ruf setzen und dann geht das da ruf und dann habt ihr das praktisch so strengt auch nicht den controller ein also man kommt nicht wirklich ran beim zocken so dann kriegt ihr euch mal nach unten weil meine tochter hat jetzt mein altes ladegerät wenn das natürlich besser ist kriegt das meine tochter zu weihnachten wir haben ein schönes blaues licht was macht das blaue licht es leuchtet blau also wir sehen es schön wenn im zeichen ist praktisch diese mit dem könnt ihr auch so sehen auf der packung da mit dem mit dem zwie zacken nach unten und jetzt legen wir einfach mal einen controller rauf gucken mal zack der geht auch gleich rauf hinten leuchtet da hat er kurzzeitig gelb beleuchtet ja der ist jetzt voll also wo ist eine andere controller habe ich dann noch irgendwo hin ich habe jetzt dann alle geladen ich habe gestern leider alle controller geladen sonst hätte ich euch das auch zeigen können wie das aussieht wenn er leer ist wir können jetzt noch mal den anderen schräg drauf zack bumm ach hier jetzt seht ihr hier leuchtet rot der ist nämlich noch nicht voll geladen und wenn der dann voll ist dann leuchtet er blau ich mache euch mal ein stück höher dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen und selbst drauf machen ist wirklich kinderleicht einfach nur wir haben hier schöne aussparung drauf gelegt fertig ist man braucht auch nicht hin und her wackeln das ist einfach ganz normal zack und man sieht auch hinten dass es dann kurzzeitig leuchtet hinten beim anderen halt etwas länger wir können das auch mal umtauschen dann seht ihr seht dass das auch wirklich funktioniert einfach ruf legen ruf legen so und hier habt ihr kurz gesehen dass das gelb aufgeleuchtet hat aber der ist halt voll bei dem haben wir hier keine bar zum leuchten wie bei dem jetzt hier falls man im video vernünftig sieht weil das ist noch der erste playstation controller da ist dann oben hier nichts zum leuchten das können wir nur von der anderen seite sehen also nicht wundern dass mein usb hier leuchtet das ist usb verlängerungskabel da muss ich mir mal noch ein paar von denen holen die sind echt cool beleuchtete usb kabel da ist so eine led drin in grün oder in orange muss ich mir mal noch ein paar holen so wir nehmen das jetzt noch mal raus und ich zeige euch jetzt noch mal an der hinteren stelle so ihr seht beete leuchten auf er geht jetzt gleich wieder alles gleich wieder aussehen weil voll und er leuchtet weiterhin gelb also blinkgelb auf das ist das zeichen für laden nicht wundern dass da jetzt odin steht odin steht deswegen da weil da ist ein leitbar aufkleber drauf jetzt umdrehen haben wir das so finde ich jetzt von der aufmachung richtig cool also vor allem wir haben hier ein großes plasteteil das wird wir auch nichts verkehrt machen können einfach ruf legen da kannst du einfach nur ruf donnern hier und das rastet weil jetzt ja was tiefer ist rastet das gleich ein lädt sofort du hast auch hier die goldenen nippel sind auch ein bisschen größer als das eigentlich was da dran ist das wir halt über die ganze fläche irgendwie laden können den kriegt meine tochter da hat sie auf jeden fall einen besseren als den den sie jetzt hat weil der alte wie gesagt der war hier oben konntest du dann was drinstecken und der hatte dann nur zwei so ne goldenen kontakte war am anfang echt gut hatte ich damals auch ein video gemacht aber auf der dauer war ist es dann echt doof geworden weil die kontakte nicht immer gleich kontaktet haben und hier da kannst du wackeln wie du willst da passiert gar nichts die laden trotzdem weiterhin ach jetzt ist er voll oder ja der ist jetzt voll leuchtet jetzt hoch blau also finde ich echt sofort vom vom aufbau und vom design vor allen dingen das sind jetzt so der playstation angepasst ist auch diese schräge finde ich das echt schick wenn man jetzt eine playstation liegend hat und daneben stellt und ein bisschen luft lässt wegen controller weil zwischen weil hier ist ja die ladestation und dann hier die playstation dass man ein bisschen luft lässt sieht es optisch sehr ansprechend aus den kriegt jetzt meine tochter auf jeden fall da freut die sich da hat die wieder vernünftiges laderät für ihre controller die kriegt ja zu weihnachten einen zweiten controller geschenkt davon weiß sie ja noch nichts dass sie mit ihren freundinnen spielen kann und dann kann sie beide jetzt auch vernünftig laden das ist schon mal ein sehr großer vorteil so dann sollte das jetzt soweit gewesen sein Fazitvideo weiß ich noch nicht wenn sich was dringend ergibt hier irgendwie noch was auffällt dann mache ich nochmal ein drittes video dazu aber sonst bräuchte ich bei so einer ladestation eigentlich kein drittes video machen es sei denn ihr wollt einfach mal in die kommentare posten ich bin dann jetzt auch mal weg im kopf hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat ein däumchen wäre ein träumchen wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut da rein Ahoi sagt euer Odin 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 Vielen Dank.